Das ganze Saarland kennt klar, wie ich da raus bin. Ein enorm wichtiges Personen, vor allem irgendwo auch das Herzstück. Der ist tatsächlich auch dicht an der Körb dabei. Körbenspiele sind auf dem Land ungefähr gleichzusetzen mit Meisterschaften Abstieg. Alles fürs Körbenspiel, der ganze Aufwand. Schmerzmittel und Spritzen, das kämen wirklich zum Äußersten. Der ganze Ort fiebert eigentlich immer auf die Körb drauf hin. An dem Spiel sind sie alle da, deswegen muss ich die drei Punkte auch umso mehr holen. So war FIFA, PlayStation. Dabeisein ist alles. Wir gewinnen alles auf der Vier. Hallo, mein Name ist Robin Scheitz. Ich bin 28 Jahre alt, von Beruf pädagogische Fachkraft. Und bin Spieler, Trainer und Vorstand beim S-For-Blies-Mengen-Bolsch in der Saarlandliga. Habe früher lange Jahre beim 1. FC Saarbrücken gespielt. Auch in der Amateur-Oberliga in der zweiten Mannschaft. Tatsächlich ist das das Originaltrikot, das ich damals anhatte. Beim ersten Spiel für die U23. Hier sind wir am Sportplatz vom FC St. Anuar. Hier habe ich 1999 meine Karriere begonnen. Damals war es noch, wie man es von früher kennt, ein schöner alter Hartplatz. Dafür, dass ich praktisch aus der Kreisliga nochmal gekommen bin. Und dann nachher es immerhin noch bis in die Junioren-Regionalliga und auch in die Amateur-Oberliga gepackt habe. Aber auch vorher die Südwestdeutsche Meisterschaft gewonnen. Also dafür, das war schon ein besonderes Jahr. Und das ist an deinen größten Hallen-Moment eigentlich jemand? Ich bin verschossen in sieben Meter in Bach. War ja lange Zeit das meistgesehene Video der SR Sport Arena. Er hält die Leute zusammen. Herzensguter Mensch. Wenn er die Trikots noch wäsche kennt, wird er das, glaube ich, auch machen. Ohne denne wäre man nicht der Haufen, der wir sind. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen. Top. Sentimentaler Aspekt auch noch abgearbeitet. Wunderbar. Oh Mann. Oh Mann. Der platzt, glaube ich, gleich drüber. Alter. Alles fürs Kielbespiel, der ganze Aufwand. Bestenfalls würde er sich nur sechs Wochen Ruhe holen. Drei Tage später. Drei Tage später. Das zieht immer noch. Also da, die Bewegung ist immer noch schmerzhaft. Da muss man halt durch. Kann man sich nicht fit spritzen? Kann man nicht irgendwas einwerfen? Das Kielbespiel, ne? Das Kielbespiel, ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich kein Freund dafür. Auch wenn bei uns in den drei Mannschaften eine prekäre Situation auf der Torhüterposition herrscht. Früher hat das für mich also ausgesehen. Alles kaputt. Knie, Leiste, alles kaputt. Das letzte Training vor dem Kielbespiel. Wie man sieht, ich kann leider nicht dabei sein. Ich bin ein Zivil. Ansonsten bin ich ja Trainer von der dritten Mannschaft, wo ich dann auch immer von außen ziemlich mitfiebere. Dann würde ich halt von außen meinen Teil dazu beitragen, bei der dritten, wenn es nicht reicht, in der zweiten zu spielen. Ich kann leider nicht dabei sein. Im Moment eigentlich ist es auch in Ordnung. Ich geh ja ziemlich mit. Von daher ist es nicht so schlimm, auch nur außen zuzuschauen. Heute endlich mal nochmal Kielbespiel. Ja, ihr wisst, dass man davon immer ein ganzes Jahr schwätzt. Dass davon immer viel abhängig ist auch, wie die Saison weiterhin verläuft. Wir werden sicherlich auf ein unangenehmer Gegner treffen. Deswegen müssen wir von Minute eins wach sein. Fußball spielen, unsere Stärke ausspielen und Tore schießen. Und dann gewinnen wir auch hier heute. Und dann ist das unser Kirp. Und dann leben wir hier als schöner Grundstein für ein neun Punkte-Wochenende. Okay, Jungs. Geh mal raus. Als Mannschaft, als Team. Wie immer. Jeder für jeder und jeder für jeder. Und dann gewinnen wir das Spiel. Auf geht's. Okay, komm. Am Dorf, außer Meisterschaftenaufstieg, wirst du halt an den Kirbel spielen gemessen. Und nachher, komm! Schieb nach! Zieht doch durch. Bravo! Krufe, Niki! Wenn heute einer ein oranges Ding schießt, wird's ingesendet zum Tor des Monatans. Sass. Kreisliga bei den Saudis gibt's immer noch eine Million bestimmt. Boah, Scheißball, wissen wir. Oh, das verkoscht immer zu viel Nerven. Ich geh ja ziemlich mit. Von daher ist es nicht so schlimm, auch nur außen zuzuschauen. Ich freue mich immer für die Jungs und die Mannschaft, wenn wir dann drei Punkte holen am Ende. Der Robben ist enorm wichtig. Die Person in den Vereinen, irgendwo auch das Herzstück vielleicht auch. Er ist Urmenger, war auch schon in vielen anderen Vereinen tätig. Aber trotzdem enorm, enorm wichtig für den Verein. Ich wechsle mich. Die Jungs von der dritten, das ist unsere Kameradschaft, so eine Geselligkeitsmannschaft. Wir treffen uns, oder die treffen sich tatsächlich hauptsächlich sonntags zum Spielen. Ich koordiniere das dann immer ein bisschen. Und es sind doch sehr viele Leute hier aus dem Ort und der nahen Umgebung, die auch gerne hier spielen. Ohne der Robben wäre ich beispielsweise nicht im Verein. Das ist vielleicht für die Zuschauer jetzt nicht so super interessant. Aber er hat mich vor zwei Jahren verquatscht, noch zwei, drei Jahre zu spielen und da sind wir. Rafa wechselt mit Max und Albert kommt für die Jens. Du kannst Bier trinken gehen. Was ist das denn? Machst du warm love oder warm stehen? Ist gut? Das ist geil, das ist B-Class. Die Männer immer noch, du wirst jung, ne? Oh Männer, komm, weiter! Super! Super! Sehr schön! Achtung! Geil! Geil! Oh leck! Alter! Oh leck! Oh leck! Jetzt lassen wir die Tore nochmal in das Spiel rein kommen. Ne, war saukut, wirklich! Wir müssen noch einer machen, sonst gewinne ich mir das Spiel noch nicht. Kann ich dir nur sagen. Könnte ein, zwei Tore mehr für uns stehen. Hätt aber auch schon natürlich noch ein, zwei gewinnen können, ne? Was trauen da hinten die? Wann haben die jetzt den Tisch geholt? Wann haben die denn jetzt geholt? Der ist doch für die Kasse. Ah, die holen im Kido den Tisch. Warum holen die jetzt im Kido den Tisch? Acht, die verkaffende Ovo Pongs für die Leverkneb. Ja! Super! Ja, das sind Wendung! Drei Punkte, Mundabputze, weiter geht's! Den Opizio spricht durch die Kamera! Jetzt geht's auf die Körb! Robin, bist du bereit für den Auftritt? Vielleicht, ja! Wir gewinnen alles auf der Körb! Dann kommt er mal wieder auf Röhr, glaube ich. Gut, passt! Dann gehen wir singen! Und egal was, wenn wir spielen, ich spiele. Wir gewinnen alles auf der Körb! Wir gehen auf den Körb! Vielen Dank! Das war's! Das war's! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Bis zum nächsten Jahr, klick auf! Ich habe mein Auto daheim gelassen, ich lasse es auf mich zukommen. Und am Montag habe ich zum Klick Mittagsschicht. Hallo Chef! Ich suche Wasser! Nicht schlimm! Besser angebrucht, als angebrucht gehen! Ein Robinscheid regt sich nicht mehr auf! Außer für Serkulöser! Mein erstes Körbenspiel war vor drei Jahren, glaube ich. Und da war gar kein Körb! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's für heute.